Was ist die Fernauslösung für das WC, die jetzt neu im Design wie die Sigma 01, die Sigma 10 und die Sigma 70 daherkommen? Die Fernauslösung erlauben es in einem Umkreis von 1,7 Meter um den Spülkasten herum, die Auslösung frei zu betätigen. Im Wesentlichen handelt es sich um diese Form und um die längliche Form, die der Sigma 70 nachempfunden worden ist. Beide Versionen sind mit einer kleinen Spülmenge und einer großen Auslösemenge vorgesehen. Falls ich eine Fernauslösung in dieser Form wähle, muss ich eine Abdeckung für den Spülkasten wählen, einmal in dieser Möglichkeit hier. Oder wir haben die Möglichkeit, das auch flächenbündig überfließbar darzustellen.